Ihr könnt auch den Würfel nehmen. Schau mal her, den Würfel. Wenn ich ein bisschen schüttel, ist auch der Zauberwürfel. Also habt ihr schon mal so einen Zauberwürfel gelöst? Nein. Okay, normal ist der Würfel ja durcheinander, dann löst man den. Heute will ich es mal andersrum machen. Hier mal du den Würfel. Ich habe nämlich heute so Rubik's Cube Karten dabei. Und zwar seht ihr hier, bei jeder Karte ist der Würfel anders durcheinander. Seht ihr das? Ja. Okay, und ihr dürft jetzt gleich hier eine Karte rausziehen. Eine Karte zieht ihr hier raus. Und ich versuche den Würfel genauso nachzudrehen wie hier. Pass mal auf, zieh mal eine Karte raus, welche du willst. Eine ziehen. Einfach rausziehen, genau. Die Karte schaust du dir an und merkst du dir. Okay, du hast es in deinem Kopf. Pass auf, die restlichen Karten, die hältst du jetzt einfach mal so in der Hand. Einfach so halten. Die Karte zeigst du mir jetzt für eine Millisekunde. Ganz kurz und ich versuche das dann nachzudrehen. Einfach nur ganz kurz zeigen. Zeig mir ganz kurz die Karte. Okay, nochmal. Auf die Plätze, fertig. Zeig. Genau. So. Und jetzt drehe ich den Würfel durcheinander. So. Und ich glaube, jetzt habe ich den Würfel genauso verdreht wie bei dir. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt siehst du das hier. Sieht jetzt genau das gleiche aus. Äh, äh. Äh, was? Hahahaha. Krass, mh? Okay, pass auf, heb mal den Würfel. Okay? Pass auf, du siehst hier, der Zauberwürfel, der ist ja durcheinander, gell? Einmal Schüttel ist er gelöst. Pass auf, nicht nur der, sondern alle Karten sind jetzt gelöst und das coolste ist, wir können auch den Würfel nehmen, schau mal her, der Würfel, wenn ich ein bisschen schüttle, ist auch der Zauberwürfel am Ende hin. Nein! Der Würfel hier ist komplett verdreht, siehst du das, der Würfel ist durcheinander, pass auf, wir nehmen den Würfel, wenn ich jetzt ein bisschen schüttle, ist der Würfel komplett gelöst. Du siehst, der Würfel hier ist komplett durcheinander, wenn ich jetzt einmal ein bisschen schüttle, ist der Würfel wieder komplett gelöst. Ok.